Was ist denn der klügste Satz eines Politikers, der Ihnen so einfallen würde spontan? Erzähl nicht, sondern mach was. Hat das jemand schon gesagt oder ist das Ihr Motto? Das kenne ich aus dem Unternehmertum. Ich bin ja 34 Jahre unternehmerisch tätig und da lebt ein Unternehmen, lebt nicht von Ankündigungen, sondern von dem konkreten Handeln. Und das ist auch Maxime meines Lebens. Ich bin im Rheinland geboren, da gibt es eben auch ähnliche Sätze, nicht Mulle mache. Und ich glaube, das ist auch wichtig, was die Leute draußen erwarten, dass wir konkret die Probleme aufnehmen, die sie haben und nicht drüber reden, sondern sagen, okay, so lösen wir das. Sicherlich alles nicht morgen, aber in einer sehr absehbaren Zeit. Einer meiner Lieblingssätze ist dieser Herr. Können wir mal reinhören? Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Regiert die FDP in Berlin jetzt richtig? Ja, man kann sich ja nicht auf Dauer der Verantwortung entziehen. Insofern war die Entscheidung in 2021 in meinen Augen vielleicht zu schnell getroffen. Ich hätte immer gesagt, man hätte auch mit der CDU noch verhandeln müssen, damit man verschiedene Angebote hat. Aber ich glaube, das ist zu generell zu sagen, wenn man sagt, man entzieht sich auf Dauer dem Regieren. Weil hat ja mal ein berühmter Politiker gesagt, Opposition ist Murks. Natürlich will man gestalten. Aber wir merken in der jetzigen Form der Ampel Darstellung, Wahrnehmung, auch in der tatsächlichen Regierungsarbeit, dass wir an den Wünschnöten der Bevölkerung im großen Maße vorbei regieren oder regiert werden. Das Hauptthema ist Migration. Das sind die Nachfrage, Befragungen nach Hessen und Bayern. Und die Probleme gelten als ungelöst. Ich merke das in Thüringen. Wir sind völlig überfordert in jeder Stadt, in jedem Kreis mit der Frage der Integration der zu uns kommenden Menschen. Wir schaffen es nicht sinnvoll, die europäischen Außengrenzen zu schützen. Und da sagen die Leute, jetzt macht was und erzählt uns nicht, wer was macht und wer was nicht macht und was nicht geht. War die Ampel schuld, dass es bei den letzten Landtagswahlen für die FDP so weit nach unten gegangen ist? Inzwischen freut man sich schon, wenn man knapp drin geblieben ist im Landtag. Ja, die Ampel ist nach den allen Befragungen, die man nach den Wahlen gemacht hat, sicherlich ein Hauptmotivator für die Leute, nicht Parteien der Ampel zu wählen. Aber man muss natürlich auch da differenzierter schauen. Also in Hessen haben 53.000 Stimmen von Linkspartei, von SPD und von Grünpartei, AfD gewählt. Also dieser Gesamtprotest, dieser Gesamtfrust richtet sich gegen die Ampel, aber gegen nochmals eigentlich das Nichtlösen von Problemen. Ich sage mal ganz gerne, die Blaue Partei ist Wirkung von schlechter Politik und nicht Ursache von irgendetwas. Der FDP-Rebell Frank Schäffler hat Folgendes getwittert nach der Landtagswahl, das haben wir hier mal im Bild. Die Ampel hängt der FDP wie ein Mühlstein um den Hals. Sie selbst bemühen im Spiegel das Bild einer ausgequetschten Zitrone, auch nicht sehr schmeichelhaft. Was macht denn die FDP im Bund falsch? Sie hat ja doch einiges der schlimmsten Auswüchse verhindert, das muss man ja sagen. Das Heizungsgesetz war es der FDP, die Nein gesagt hat. Ja, ich meine, Christian Lindner hat ja mal gesagt, die FDP hatte den weitesten Weg in die Koalition. Wir treffen nun mal auf zwei Parteien aus dem politischen linken Lager und das ist natürlich schwer, da zu reüssieren. Und natürlich haben wir für die Einhaltung der Schuldenbremse gesorgt, Verbrenner ausverhindert. Das Heizungsgesetz ist in großem Maße ein zahnloser Tiger geworden. Aber ich glaube, die Leute wollen eben nicht nur das Schlimmste verhindert sehen. Und gerade an die FDP stellen sie ja den Anspruch, kommt ihr voran in den Punkten Digitalisierung, kommt ihr in den Punkten voran Stärkung der Wirtschaft, Entbürokratisierung. Und da sind die Leistungen noch etwas überschaubar. Ich nenne mal ein Beispiel, Entbürokratisierungsgesetz auf Bewahrungspflichten von Unternehmensbürokratie von zehn auf acht Jahre reduziert. Und das ist ein bisschen kurz gesprungen. In einem digitalisierten Zeitalter kann ich das auch anders organisieren. Ich habe mal gefordert, vier Jahre, weil das ist der Prüfungszeitraum von Finanzämtern, dann müssen die sich auch ein bisschen beeilen. Und das ist auch ein Angebot an die mittelständischen Unternehmen, nicht fünf, sechs Jahre später über Vorfälle geprüft zu werden, sondern sehr zeitnah. Und insofern, gerade bei dem Thema Bürokratieabbau, das ist auch ein Mühlstein, nämlich an den Hälsern des deutschen Mittelstands, der deutschen Unternehmen. Und da müssen wir was tun und das nicht ankündigen, sondern konkret werden. Und Meldebescheinigung vom Hotel, das ist auch so ein Beispiel, jetzt nicht mehr schriftlich zu machen, das war eben Treppenwitz der Geschichte, sondern digital, das ist zu wenig. Ein Mühlstein am Hals führt mittelfristig zum Ertrinken, fürchte ich, es sei denn, es werden ganz kleiner. Was muss man jetzt tun? Sie empfehlen, glaube ich, auch den Bruch der Koalition nicht ganz auszuschließen. Ja, man muss sagen, erstmal müssen wir die Fakten analysieren. Und das ist eben, wie reagieren zurzeit die Wähler. Und die Wähler haben der Ampel in Summe ein Testat ausgestellt, das heißt 32 Prozent Zustimmung. Und das ist zu wenig. Also insofern muss ich jetzt nicht dem Volk nach dem Mund reden, aber ich muss trotzdem sehen, was sind deren Ängste und Nöte. Und das ist bei der Migration, das haben wir kurz gesagt, das ist bei der wirtschaftlichen Entwicklung, spüren viele Abwanderung von Industriezweigen, der Mittelstand wird schwerer, die Fachkräftesituation ist ungelöst. All diese Dinge müssen wir konkret anfassen und zwar jede Partei auch für sich, auch wenn man das in der Ampel dann zusammenfügt. Aber auf der einen Seite beklagen wir ein Nichtwahrnehmen von Arbeit und die SPD wird nicht müde zu sagen, wir wollen 14 Euro, 15 Euro Mindestlohn. Wir erhöhen das Bürgergeld um 12 Prozent netto und das ist eher ein Anreiz nicht zu arbeiten. Wir legen ja auch alle Befragungen und gestern Arbeitgebertag, da wird das ja auch ganz laut bekundet. Und wir können ja nicht hinnehmen, dass wirklich Hunderttausende von Menschen im Bürgergeldbezug stehen, nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, obwohl sie es könnten und gleichzeitig die Arbeit nicht erledigt wird. Was müsste denn die FDP jetzt Ihrer Meinung nach machen? Einen Katalog auflegen, zu sagen, das muss jetzt kommen, sonst sind wir weg? Ja, es gab ja 1982, das ist lange her, mal das berühmte Schreiben von, oder das Essay von Autograf Lambsdorff, der wurde dann als Scheidungsbrief auch überschrieben, der gesagt hat, okay, wir müssen für die wirtschaftliche Gesundung dieses Landes zwölf Punkte machen. Und ich glaube, wir brauchen für die wirtschaftliche Gesundung einen klaren Katalog und wir brauchen für die Frage Migration. Ganz klaren Katalog und die Grünen fallen immer wieder dadurch auf, dass sie gerade bei der Frage Migration, europäische Kompromisse, die werden hinterfragt, die Grünen erzählen permanent, was nicht geht. Ja, muss man tatsächlich sagen, wenn es dann nicht zusammen geht, dann ist Ultima Ratio auch ein Ausstieg aus der Ampel. Das ganze Gespräch darüber, wie Thomas Kemmerich seine Zeit als Ministerpräsident in Thüringen erlebt hat und die Intervention der Kanzlerin finden Sie auf www.news.de, N-I-U-S. Einfach mal reinschauen, es lohnt sich jede Minute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.